Eins, zwei. Ich bin gespannt. So. Kontrolle. Ihr würdet ja mit der Wurzeln arbeiten. Eins, zwei. So ist es kein Ding. Eins, zwei. Und jetzt bringe ihn nach vorne. Eins, zwei. Vier. Und dann blockierst du dein Bein und bringst ihn nach vorne. Eins, zwei. Er schneidet. Und jetzt seht ihr, dass mein Fuß vor seinem Fuß ist und mein Knie ist hin. Und so kommen wir eigentlich. Aufhärm mit der Hinnung. Ich muss mal die Hinnung machen. Gern. Eins, zwei. Ramm! Brumm! Darum macht der Samurai. Wichtig ist, dass ihr seitlich sauber rauskommt, ich bin bereit und jetzt setze ich mein Bein hinter ihm. Jetzt bin ich nicht mehr rumgekommen, aber jetzt kann ich es so anfangen. Komm, hopp, hopp und jetzt die Nebenhofen. Ich habe jetzt 6, aber was geht? Komm her. Also ich wirf nicht weg. Also ich bleibe jetzt hier. Kontrolle. Schneiden? Ja. Jetzt geht es gut. Okay? Bisschen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020